Alpha Dia ist das derzeit erfolgreichste männliche Model Deutschlands. Kein anderer steht so oft vor der Kamera wie er. Ein Job, der sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Sein Gesicht schmückt internationale Magazine und Werbekampagnen. Er läuft weltweit für die größten Modehäuser. Das Model hat mich zu der Welt geconnectet, diese Welt, die ich davor nie gesehen hatte. Ich bin bevor Modeln dreimal geflogen. Und danach, ich habe Freunde überall in der Welt. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Das hat mir das Modeln gegeben. Das kann mir keiner mehr nehmen. Alpha Dia kommt als 3. von 5 Kindern in Senegal zur Welt. Im Alter von 11 Jahren schickt ihn seine Mutter nach Hamburg. Er folgt seinem Vater, der hier bereits in den 1980er-Jahren Arbeit gefunden hatte. Im Stadtteil Eidelstedt verbringt Alpha Dia seine Jugend. Sir, Kapitel Buschweg. Es hat mir ein Jahr gekostet, diesen Namen richtig auszusprechen. Nicht nur die Aussprache. Auch deutsche Eigenheiten sind dem Jungen fremd. Etwa, dass man nicht auf jedem Rasen einfach so Fußball spielen darf. Grüne Rasenfußball spielen nur aus dem Fernseher kannte ich das. In dem perfekten Stadion. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe gesehen, überall hier perfekt schöne grüne Rasen. Bin ich sofort mit meinem Ball hingelaufen. Dann war das ein Riesenproblem, weil das wollten die Leute gar nicht. Der Rasen ist eigentlich nur so als Deko jetzt. Im Fußballverein findet Alpha Dia schließlich Freunde. Doch es gibt immer wieder Momente der Ausgrenzung, die er wegen seiner Hautfarbe erfährt. Ob in der Schule, weil er die deutsche Sprache nicht beherrscht, oder später beim Ausgehen vor Hamburger Klubtüren. Die haben immer gesagt, nee, pass nicht. Und das war für mich das Brutale. Da haben wir keine Chance gehabt. Und selbst wenn du Chance hattest, dann hat das schon an dem Ausweis auch gescheitert. Weil wir haben so eine Pässe getragen. Und mit so einem Pass kommst du an, die sagen, nein. Und das ist halt ein Riesenproblem gewesen in meiner Jugend. Nach dem Abitur jobbt Alpha Dia als Barkeeper, bis er mit 21 Jahren von einem Modelscout entdeckt wird. Schließlich nimmt ihn 2015 eine renommierte Hamburger Agentur unter Vertrag. Bei anderen Agenturen stieß er zuvor mit den immer gleichen Begründungen auf Ablehnung. Tut uns leid, aber wir haben leider nicht die Kunden für dich. Oder du siehst super aus, versuch das mal in New York. Und ich sage, ich bin hier in Deutschland, ich habe meine Schulausbildung hier gemacht und will hier erfolgreich werden. Und das war schon dann so ein krasse Moment, wo man erst zum ersten Mal so wirklich dann karrieremäßig oder zukunftsmäßig eine Grenze aufgezeigt bekommt wegen seinem Aussehen. Heute ist Alpha Dia laut der Branchenwebsite Models.com unter den 50 erfolgreichsten Männer-Models weltweit. Und wurde als bestes internationales Male-Model bei den World Fashion Awards in London nominiert. Diversität ist heute gefragt. Doch Rassismus ist deshalb noch lange nicht verschwunden. 2018 sorgt ein internationaler Modekonzern für einen größeren Skandal. Auf einem Foto wirbt ein schwarzer Junge für einen Pullover mit der Aufschrift Coolest Monkey in the Jungle. Das Bild zieht heftige Proteste bis hin zu Vandalismus nach sich. Im Netz hagelt es Kritik und empörte Kommentare. Der Konzern entfernt das Foto, entschuldigt sich. Für Alpha Dia sind solche Skandale auch die Folge eines Nicht-Erkennens von Rassismus, wenn er geschieht. Es brauche Menschen in der Modeindustrie, die diesen sichtbar machen. Wenn du da einen, also ich gehe mal davon aus, eine Person of color in diesem Raum hättest, wo dieses Shooting stattgefunden hätte, der hätte sich sofort gemeldet, den Erwachsenen, und hätte gesagt, ich glaube, das würde ein paar Leuten angreifen. Und das ist halt dieses so, dass wir halt mehr Austausch miteinander brauchen oder mehr Informationen, damit wir wissen, was verletzt überhaupt den anderen. Regelmäßig kehrt Alpha Dia nach Senegal zurück. Er nutzt seinen Erfolg, um in seinem Heimatland die Lebensbedingungen von Kindern zu verbessern. Dafür hat er seine eigene Stiftung, Alpha Dia Foundation, gegründet, mit der er vor Ort unter anderem dabei hilft, marode Schulen zu renovieren. Alpha Dia sieht sich noch immer als einer von ihnen. Und gerade, weil er heute ein Leben führt, das für die meisten unerreichbar scheint, möchte er etwas zurückgeben. Ich möchte meinen Werdegang nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass man halt diese Vorurteile abschaffen kann und Gemeinschaften zwischen Kulturen entdeckt. Und da gibt es halt sehr, sehr viele. Und da gibt es halt sehr, sehr viele, sehr viele.